Bei Evelin Burdecki, 30, und Domenico Dissecuil, 35, ist das letzte Wort wohl doch noch nicht gesprochen. Das Ex-Paar geriet im Dschungel-Camp das ein oder andere Mal aneinander. Bei der Wiedersehens schon nach dem großen Finale waren sich die beiden jedoch einig, dass sie mit diesem Kapitel endgültig abschließen wollen – alle Zeichen standen auf Versöhnung. Doch bei ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen herrschte nun erneut Eiszeit zwischen den Kuppelshaar-Stars, als Evelin am Dienstagmorgen den Frankfurter Flughafen betrat, rissen sich die anwesenden Fotografen um die neue Dschungel-Königin. Während des Blitzlicht-Gewitters wurde die Blondine auch darum gebeten, mit ihrem Ex zu posieren. Wie live vor Ort beobachten konnte, lehnte die 30-Jährige den Wunsch der Fotografen jedoch dankend ab. Domenico hingegen hätte kein Problem damit gehabt, sich mit der Düsseldorf-Ehren ablichten zu lassen. Eine überraschende Entwicklung. Immerhin hatten sich Evelin und Domenico bei das große Wiedersehen bereitwillig vor laufenden Kameras umarmt verbrachten sogar ihre letzten Stunden in Australien zusammen. In seiner Instagram-Story zeigte mit Camper Bastian J., 42, die beiden bei einem gemeinsamen Dinner im Hotel.